ja hallo und so wird er in der dritten Folge von Let's Play Portal 2 Coop mit dem KGB und David David wie ich bin 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 wenn ich in der Falle der der Karreise der Reise das ist nicht nur da oder da oder über 4 5 6 er hat die Sonderheit damit er gut gesetzt Prozent mittlerweile der Folge müssen gesagt und wir haben müssen hier etwas machen ich habe auf der Strecke gebissen ich blutte um weil ich glaube dass sie nicht tun warum nicht der Fall ist eine Kugel rausfallen die wir dann dadurch da wenn das Leben unterfällt dann muss da und darüber geschossen werden er darüber wie kommt man darüber muss darüber fliegen muss die totalen Überflieger spielen also der macht der Überflieger ich weiß nämlich nicht wohl derjenige hingeschossen oder wie man hat sich funktioniert ich dass das halte Weg gemacht da oben muss das Prozent Mühlen um ein bisschen zu spät aber um zuerst ergebt in wenn ich es unterfallen Prozent FD woher ist so ein die Kompetenze die Schäuble und abzunehmen und das so lebt ich hätte dass man sich erzeuger nicht gehört ja ich bin ich nicht mehr die Bekannten das kann man noch mal machen so für die Hände ich war immer es nicht mehr Kälter hätten auch nicht darüber werden ja ich hab's auch jeder hoch und an die mich in die Hände was ist die Gipsen würde ich nehmen der Faktor und umgekehrt was du denn so ist es da oben und es hieß niemand würde bei diesem Test je sterben danke für den gegenteiligen Beruf Gääh bis nur du früher voll bösen okay das war ja auch die sie also bis jetzt ist ja noch ultra ja die richtig schweren schwierigen kommen glaube ich erst wenn über den Kasten maps das sind echt teilweise ich habe die Sachen dabei habe ich gesehen sind die automatisch hier schon drin oder meine kann man importieren kann man muss man wisst ihr noch als ich sagte ihr werdet die einzigen die den Kalibrierung bestanden hätten gelogen es gibt noch 5000 weitere Testteams mit denen ihr in direkter Konkurrenz steht aber keine Sorge ihr führt oh yeah juhu ich glaube ich weiß wie man es weg machen kann die Portale wie denn? nein kann man nicht ähm ich gehe mal stark davon aus dass hier wieder der Überflieger gespielt werden muss dann muss man da irgendwo hoch geschossen werden dann muss da der Knopf gedrückt werden ist ja easy okay dann setzt hier die zwei Portale oder diesmal mache ich das mal wo soll der Überflieger hin? ja nach da oben da sind Knöpfchen okay ja dann passt das äh nein warte da müssen wir das so aber ähm reicht das denn? also ich mein geht das denn auch äh wenn dann ein Portal von unten kommt dass derjenige dann da nach oben geflogen äh fliegt? geflogen ne ja ich ich glaube aber ich muss dann ich musste zum Beispiel mein Blaues also wenn du dann denke bis daher sitzen muss ich dann wenn ich runterkomme mein Blaues jetzt nämlich den zweiten drücken kann okay ich meine Geschöpfung bist du drin? dann schließlich war fast aber ich hätte mein Geldes nach links tun müssen das war es okay dann hätte es nicht na klar wenn ich das dann drüben hingetan hätte ich wäre es dann nochmal rausgekommen ach nein ich hätte dann das rote Dein setzen können okay ich weiß nicht ja gut oder ich hätte einfach meins umsetzen können nein du verdienen da einiges verliert äh gehen denn wenn ich hier rauskommt verstehst ja drückt ja ich bin hier die Kugel raus ja das beginnt in drei zwei eins eins jetzt das Sieg an ach so da drüben war nicht mehr ich bin jura jura nächstes Mal schon jura 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 draußen ein Sprengendes Reh beobachtet euch interessiert das was draußen passiert gar nicht oder 6.7 war die Klinik von dem Kopf gegen die Decke ja du musst ein Portal die Klinik die Klinik aber wie sie die sich hier sehen wenn man das ist noch nicht so zwar das ist ja nicht fertig dass er sich nicht behauptet so noch mal das gleiche da ist mir gemacht muss ich nachkommen einfach oder mach ich einfach um oder er um hätte noch ein Portal was dann darüber du musst das Portal setzen und mein Leben jetzt da oben gehen ja das muss ich aber dann erst wenn ich hier hier durch die Erste jetzt machen wenn ich hier durchgehen ach so er muss das von drüben machen ich mache muss sie ach ja geht das oder du musst es machen aber ja stimmt eine muss dann halt hier drüben bleiben ne und die Portale schießen aber wo muss der denn ach so okay ich hab verstanden geh rüber ja stimmt das müsstest du mir da irgendwo den Weg aufmachen können oder ein Portal setzen können oder sowas n m ja nr 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 g g da durch durch das Teil wodurch Hier durch die Barriere? Ja. Und jetzt zu dem... Ach so, okay. Ich dachte schon, ich war jetzt ins Wasser. Okay. Das war's sogar schon. Oder kommst du hier nicht hoch? Kommst du ja gar nicht hoch. Natürlich kacke. Dann musst du natürlich auch noch mal da drüben in dein Portal springen. Ja. Ja, gut. Wie der ähnlich ist. Einer muss auf jeden Fall da hoch. Da ist dann ein Button. Da kommt ja noch eine Kugel raus, die den Würfel runterschmeißt. Und den Würfel müssen wir dann oben legen. Wahrscheinlich da oben irgendwo. Na, ich glaube... Nein, ich glaube... Da Würfel... Ich glaube, hier geht was auf. Und so stimmt, das kann natürlich sein. Dann... Wo kann man denn Speed aufbauen? Ja, hier hinten. Na, okay. Also, hier ist dieses... Das ist nicht so geil. Und... Dann... Hier. Reicht das? Das wird nicht reichen, oder? Versuch mal schon mal rein. Ja, du musst... Ach so, hier. Ach, du hast schon gesetzt. Ja. Okay. Da geht tatsächlich was drauf, da. Und dann... Du musst ein rotes jetzt da hinsetzen können. Jetzt bin ich hier. Oh, da muss aber dann weitergehen. Wahrscheinlich, er bleibt noch auf dem Knopf. Jetzt ist ein Portal, der da weg. Ähm... Wie geht's denn jetzt von hier weiter? Ich muss schon auf jeden Fall hier ein Portal hin. Ja, ich sehe es hier. Ich kann dir ja zu schon kurz. Wie soll man das da hinbringen? Und... Hier müssen dann zwei Portale hin. Ach ja, ist doch ganz klar. Ich schieße jetzt hier. Scheiße, wir müssen ja erst mal den Würfel da runter bekommen, dass wir den dann da drüben hinlegen können. Das ist so. Ja, also erst mal... Erst mal den Würfel holen. Ja, also erst mal hier und... Ich mach schon. Bleib da. Ja. Jetzt springen da rein und versuch den Würfel direkt zu holen. Genau, sauber. Dann... Muss das... Gelbe Wind mit mir hin. Da springst du da durch mit dem Würfel. Oder kann man den... Ach nee, scheiße. Man, da wird er trissen. Ja, dann spring da hoch. Dann geb ich den Würfel hoch. Ja. Ah! Ah! Ja, jetzt legst du den da drauf. Ah! Warte. Ja. Ich bin derissements wenn so einordnungsfanatiker. Er perfektionistulitzer. Er möchte Arts-Vertika halten. Ich habe das. Ich habe das. Es ist kein Portal da unten übers Brett und an diese eine Schräge da. Ich habe den Mund nie gesagt, ich war recht auf sie, er zu winen. Ja! Ja! Sag es. Das hat Sie doch genau. Das ist gerade super gepasst. Meine sagen es faktisch. God Yes. was heißt so wird die rufen und so die jahre so eigentlich so ja sorry was mitbekommen wo die Portalen sollen ja so er springt das macht aber gar keinen Sinn auch noch und jetzt Komm her. Juhu. Wisst ihr, wie nach dem kleinsten Appelserlebnis schwachsinnige Freudentänzer aufführt? Menschen. Und genau so seht ihr gerade aus. In der Stadt mehr. Ja, ist ja gut jetzt. Elektrische Nuo. Ja, ist ja gut jetzt. Jawoll. Jawoll. Wir sind so gut. Aber es wird schon ein klein wenig anspruchsvoll einzwischen. Ja, muss viel Ketten denken. Genau. Selbstvertrauen noch unzureichend ist. Denk daran, niemand ist von Anfang an perfekt. Selbst ich hatte einen Makel. Man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leben. Aber ich habe mein Handicap überwunden. Das meine ich auch nicht. Alter. Okay. Wahrscheinlich muss einer da rüber, oder? Aber wo kann man hier Speed aufbauen? Gott, zu viele weiste Platten. Was ist denn hier drüben? Da muss wahrscheinlich wieder ein Würfel rein, oder? Da hoch müssen wir auf jeden Fall. Also muss man da rüber geschossen werden. Sie sind hier oben. Ach, hier ist. Ach, hier. Ah, okay. Ja, dann muss man da ein Portal hin. Ja, so, dann machst du gut. Du schießt dein Portal nochmal. Geh da hoch. So, dann schießen wir da mein Portal. Wo muss es dann hin? Warte noch. Komm da hin. Aber... Na, die Portale musst du schießen, oder? Von da oben. Oder kannst du das nicht sehen? Ich kann das hier sehen. Ja, okay. Dann schießt diese zwei Portale. Dann muss ich nämlich drüben zwei Portale schießen. Wo ist überhaupt die Kugel? Na, was ist die Eythin? Er ist die Portale setzen, da ja ich will auch nicht sehen. Du musst erst hören. Ja, ja, alles besser. Also, der ist leider. Hat er weiter nur nicht springen. Ja, ich muss erst mal gucken. Wo wo muss man dann überhaupt hin? Versuchen wir es einfach mal so hoch. Nein, das wird überhaupt keinen Sinn machen. Vöndermacht mit dem Display. immer versuchst einfach bis zu nachdach bist du okay komisch ist genug das ist es passiert aber was kommt der Würfel gewünscht die 3 es gibt mir den runter ja super dass ich auch da hoch darf danke jetzt soll das ich bin da hoch kann man da nicht weiter wir müssen das ganze umgekehrt machen nachher hat hat sagt dass du diese deutschen schießen würde wohl ich deswegen geschossen sitzen deine portale ok sauber hätten wir das Prozent die Felsenswasser oder die diese Geräusche dazu der Knopf holt aber so und das muss ich ein Portal ganz klar siehe gut der Kanzler dieses abfangen muss Künstler versuchte er gibt es ein bisschen drauf tun er versucht hat mein Leben ja muss es früher los schießt weil ich kann aber ich verstehe und gemacht Worms jemand muss in ungefähr los schießen um ach nein jetzt es gibt sich nicht aus um alles läuft wunderbar das LR Säcke ich würde das ist das in der Stadt ich bin jetzt bin ich werde zurück mit uns bist du tot dann bin ich jetzt aber muss dann auf den Kopf drücken hatte und du wirst jetzt nicht verheiratet und ins Wasser hat man zu spät da hat er hier gut ja ich weiß ja 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 das ist zu früh du musst jetzt sagen wenn ich soll okay mach ich äh warte noch eine Runde jetzt ah nein muss ich sogar später noch sagen jetzt nein das war zu spät das muss doch später früher sein oder du musst doch genau da rauskommst musst du das doch bekommen oder nein das war zu spät in dem Moment wo du da rauskommst ja stimmt ja komm also jetzt ah nein jetzt nein jetzt ja ah fuck fast boah schade jetzt nein fast ist es zu früh jetzt jetzt nein jetzt es wird zu spät gewesen sein ach fuck jetzt ja wo ich hab nicht auf deinem Kommando ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin hinter glückwunsch zum abschluss des letzten tests aber etwas beunruhigt mich kann man ohne tödliche konsequenzen überhaupt noch von wissenschaft sprechen werte ich bin Kürger wie viele Kammern haben wir noch Roboter-Modell dessen Entwicklung Apatheer Science je eingestellt hat das ist das Teil die Bündnis okay wenn ich sagen was da ist für diese mal kommen eine Folge an der Kammer von 23 Minuten da kommen aber die haben noch zwei Kammern vor uns in der Welt ja das war's dann in der Welt ja man will nicht weiter man auch gar nicht ich bin ich bin denn das war's ja will ich auch sagen wir sind so nicht sofort wieder und er ist das andere Leute dann hatte ich mir auch noch mal Tschüss Gut, dann Ciao